Herzlich Willkommen zu Beyond the Stars, einem Format in dem wir euch Filme und Personen der Filmindustrie vorstellen möchten, die neben den großen Stars aus Hollywood nicht immer die Beachtung erfahren, die sie unserer Meinung nach verdienen. Ich bin Larissa und ich bin Steven. In dieser Folge geht es um das Thema Sounddesign und wie immer haben wir euch hierfür einen Film ausgesucht, bei dem das Sounddesign nicht nur auffällig gut gemacht ist, sondern gleichzeitig eine erkennbar große Rolle spielt. Unsere Empfehlung dieses Mal, Sound of Metal. Ruben, gespielt von Riz Ahmed und seine Freundin Lou, gespielt von Olivia Cooke, touren in einem Wohnmobil von Gig zu Gig quer durch Amerika. Unter dem Namen Black Gammon treten sie als Band in kleineren Clubs auf. Lou singt und spielt Gitarre und Ruben spielt Schlagzeug. Zurückgezogen in ihrer Zweisamkeit und der daraus entstehenden Musik schützen die beiden sich gegenseitig vor der jeweiligen Vergangenheit. Als Ruben plötzlich sein Gehör verliert und ihm mit seiner Musik seine Lebensgrundlage, seinen Ausgleich, seinen Platz in der Welt genommen wird, fürchtet Lou, er könne nach Jahren der Abstinenz wieder rückfällig werden. Mithilfe von Rubens Suchtbetreuer finden sie einen Ort für gehörlose Drogenabhängige. Hier trifft Ruben auf Joe, gespielt von Paul Racey. Während Ruben eigentlich von einer Operation träumt, die ihm sein Gehör zurückgeben könnte, eröffnet Joe ihm eine ungeahnte Parallelwelt und lehrt ihn ohne Gehör zu leben. Ruben steht vor der Wahl. Möchte er Teil dieser Welt sein oder um sein altes Leben kämpfen? Die Idee zu seinem Filmdebüt Sound of Metal hatte Regisseur Darius Marder bereits 13 Jahre vor der Fertigstellung. Die grobe Thematik entstammte einer Idee von Derek C. and Friends, dem Regisseur von Blue Valentine oder The Place Beyond the Pines. C. and Friends' ursprüngliche Idee Metalhead, eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion über einen Schlagzeuger, der sein Gehör verliert, wurde letztlich aber nie realisiert. Je mehr sich diese Idee zu Marders eigenem Film entwickelte, desto mehr verflochten sich Teile seiner eigenen Biografie und der seines Co-Writers und Bruders April Marder mit der Handlung. April Marder beispielsweise ist selbst Musiker und verlor durch einen Unfall selbst über einen längeren Zeitraum seinen Zugang zur Musik. Einen großen Teil der 13 Jahre verbrachte Darius Marder mit Schreiben, einen anderen mit der Besetzung, um diese Geschichte zu erzählen. Teile seines Cars besetzte er mit tatsächlich gehörlosen Schauspielern. Eine Schauspielerin, Lauren Whitloff, die im Film eine Lehrerin spielt, wird bald im neuen Marvel-Blockbuster The Eternals in einer leitenden Rolle zu sehen sein und damit die erste gehörlose Schauspielerin des MCU. Wie viele bestimmt mitbekommen haben, war Sound of Metal bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen gleich sechsfach nominiert. In zwei der Kategorien, bester Schnitt und bester Ton, gewann der Film die Auszeichnung. Für uns ein Grund, in den Ton einmal etwas genauer reinzuhören. Aber bevor wir darauf etwas genauer eingehen, erst einmal die Frage, was genau ist eigentlich Sounddesign? Sounddesign ist die gestalterische Arbeit an allen akustischen Elementen des Films, ausgenommen der Filmmusik. Ein großer Teil des Sounddesigns, die kreative Arbeit mit Klängen, Geräuschen und Sprachaufnahmen, findet in der Postproduktion statt. Hier wird die Soundlandscape, die Klangkulisse eines Films, aus einer Mischung von am Set aufgenommenen Originalsounds, Material aus Geräuscharchiven und nachträglich aufgenommenen Sounds zusammengestellt und abgestimmt. Der wohl offensichtlichste Aspekt dieser Klangkulisse ist die Bestärkung dessen, was wir als Zuschauer sehen. Jede Handlungsort hat seine eigenen Geräusche, sichtbare und unsichtbare, ein summender Kühlschrank, ein Radio, Vogelgesang und Wind in den Bäumen. Aber diese Geräusche bestärken nicht nur die abgebildete Atmosphäre, sondern können sie auch stark beeinflussen. Streitende Nachbarn, ein anderer Sender im Radio, die Sirene eines Krankenwagens oder ein auf laut gestelltes Himmel. Dazu kommen dann natürlich die Dialoge und die Geräusche der eigentlichen Handlung, die von Handlungsort zu Handlungsort unterschiedlich klingen. Damit diese deutlich genug sind und gleichzeitig natürlich wirken, kommen häufig unterstützend zu den Originalsounds mit Hilfe von Foley Artists nachträglich aufgenommene Sounds dazu. Synchron zum Footage werden einzelne Geräusche aufgenommen. Dabei wird häufig tatsächlich gar nicht das echte Geräusch imitiert, sondern die ideale Vorstellung des Geräusches erlebbar gemacht. Es kann sich dabei um ganz alltägliche Dinge handeln, wie zum Beispiel das Knarren einer Tür oder Schritte im Schnee oder Regentropfen auf einem Hut. Aber auch um komplexe Dinge, die es vielleicht auch gar nicht gibt, die Foley Artists erst erfinden müssen, wie der Schrei eines Monsters oder der Motor eines Raubschiffs. Für das Sounddesign in Sound of Metal war der französische Foley Artist, Sounddesigner und Filmkomponist Nicholas Becker verantwortlich. Als Foley Artist arbeitete er an Filmen wie Batman Begins, Gravity oder Arrival mit. Ab 2000 war er dann auch als Filmkomponist tätig und arbeitete unter anderem an A Pray Before Dawn mit. Seit 2010 arbeitete er dann zusätzlich als Sounddesigner. Bereits ein Jahr vor Drehbeginn begannen Regisseur Darius Mahler und Nicholas Becker mit der Recherche für das Sounddesign in Sound of Metal. Auf verschiedenen Wegen versuchten sie Gehörlosigkeit nachzuempfinden und dieses Empfinden dann für hörende Zuschauer in Geräusche übersetzen zu können. Im Zuge dieser Recherchen verbrachte Marder unter anderem eine halbe Stunde in einem komplett verdunkelten, echo-freien Raum. Einen speziell angefertigten Laborraum, in dem nahezu kein Schall reflektiert wird, der quasi geräuschlos ist. Trotz dessen hört man in einem echo-freien Raum aber nicht nichts, sondern hört stattdessen seine inneren Körpergeräusche. Genau solche Körpergeräusche wurden dann auch in Sound of Metal genutzt. Becker und sein Team installierten dafür unter anderem ein selbstgebautes Mikro in den Mund des Hauptdarstellers Riz Ahmed, um seine innerlichen Geräusche wie Herzschlag oder Knochen- oder Muskelbewegungen aufnehmen zu können. Im Film werden die Situationen meist zuerst aus der hörenden Perspektive dargestellt, um dann abrupt in Rubens Gehörlose Perspektive zu wechseln. Für die letztere wurden innere und äußere Geräusche gemischt, wobei die äußeren abgedämpft und abgedunkelt wurden. Von Beginn des Films an führt das Sounddesign die Zuschauenden dahin, diese unterschiedlichen Welten bewusst wahrnehmen zu können. Der Film beginnt mit einem lauten, schlagzeuglastigen Konzert von Luz und Rubens Band Black Gammon, um nach vier Minuten abrupt in die Stille des morgendlichen Wohnwagens zu wechseln. Durch den starken Kontrast beginnt man schon hier, aktiv zuzuhören. Die Aufmerksamkeit des Zuschauenden wird direkt auf die kleinen Geräusche des Alltags gerichtet, sodass das spätere Fehlen dieser nur umso lauter und drastischer wirkt. Um so viele leise Alltagsgeräusche so präsent darzustellen, müssen die Aufnahmen am Set sowie später im Studio absolut sauber aufgenommen worden sein. All diese Liebe zum Detail und die kreativen Wege, diese Geräusche später zu nutzen, machen Sound of Metal zu einem einzigartigen Audioerlebnis und alleine deswegen schon unbedingt sehenswert. Gleichzeitig schlägt dieser Film eine Brücke zu einer großen Kultur, über die sich die meisten Menschen, uns eingeschlossen, bis sie eher wenig bis gar keine Gedanken gemacht haben. Zu sehen gibt Sound of Metal auf Amazon Prime. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann hinterlasst uns auch gerne ein Like. Welche Berufe hinter der Kamera würdet ihr gerne in unserem Format sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.